Ich spreche von hier in den Fluss, weißt du? Okay, mit Anlauf. Kann man das mal unterschreiben? Okay. Hallo Leute und willkommen zu einem Video. Ich habe Obi und der Chris. Aber wie ist sie denn, am Start hat man sofort gehört. Und sofort wieder tisch. Wo bist du, Obi? Wo bist du? Renn, 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 renn. Renn, renn, renn. Oh, ich muss so... Ey, Obi, ich habe noch einen Text. Ich habe... Er ist da richtig hart putzen bei mir, ne? Läuft auf jeden Fall. Irgendwas ist ein richtiger Sohn. Junge, du frinkst dich immer so ab, normalerweise im Dachen. Renn, Obi, hier, hast du ein Sto... Hier hast du ein Pferd. Ein Sto... Ich weiß, das wäre so schön, aber das so zurückkraften, wenn du sie zwei Goldbahnen und dann einen Stock haben. Das Stocktraschel. Traschel. Regenbogen. Nein. Die springen einfach in den Abgrund. Achtung, hier ist sowas wie so... Ja, keine Ahnung. Awe, komm, lass mir diesen Weg gehen. Ich glaube, wenn wir... Es ist einfach nur ein Regenbogen aus Stein. Komm mal mit. Regenbogen. Oben hier, oben wird sogar buntig. Puntig... Ojo... Puntig sagt dem Mutter Walter, also unser Physiklehrer, also ehemaliger Physiklehrer, der hat voller Läuft. Okay, weil, wenn du das hörst, dann grüß ich nicht. Ich werde voller Lärme in deinen Videos gucken. Und dann so, Christopher, Georgi, Sex. Nein! Guck, ich spreche dir dann in der Schule an. Ja, du hattest Hacks, ich hab's gesehen. Scheiß Marco. Oder so, Sex. Das ist wahrscheinlich in der Elternbeteilung, die ihr Sohn hackt bei Minecraft. Ich hab einfach 10.000 Steckstilter. Darf ich dich träumen? Darf ich dich träumen? Oh scheiße, ich kann dich nicht träumen. Ja, ich bin so cool. So scheint meiner Porte cool. Okay, ich will so kurz. Komm. Äh... Weißt du, was das Geilste ist? Wenn du den nicht abbauten könntest, würdest du einfach den machen. Alter. Ich wusste, ich hab auch überlegt, komm mal, lass uns hier so an der Map kannst du rumgammeln und dann so mit dem Endmatch so richtig abgehen. Und dann in der Innenseite runtergucken. Fangen wir mit dir an. Kämpfer. Da vorne ist es in der Kiste. Oh, Diamant! Nein! Jüng, ich hab eine Katze echt gehabt. So, nee. So, das ist jetzt so ein Slow-Motion. Was von dir? Ja, ab, schau mal. Ich bin runtergeklatscht. Ich auch. Du bist jetzt noch weiter. Jetzt sind jetzt Wunderfels, bist du tot. Ja, komm mit. Ich sprich von hier in den Fluss, weißt du. Okay, mit Anlauf. Kann man das Wunderfelschicken? Was machst du? Was machst du? Junge, was machst du? Aber ich will ein Tod retten. Mit zwei Diamanten und einem Stock fäll ich mir seinen Diamantenscheid kasten. Ey, ich müsste das Video Attentat auf AW nennen, Alter. A-W? Junge, alles ist eskaliert. Eskalation! Junge, ne? Ich fall so runter, piss mich weg, kreist mein Mikro und mein Headset raus. Junge, mein Mikro fällt vom Ständer. Auch meine Tastatur. Ja. Junge, alles ist eskaliert. AW, beschütz dich mal kurz. Ich muss ein Storm mir und ein Headset machen. Ja, mach ich, beschütz dich. Beschütz mich so, ghosten. Also ich jocke. Ja, so ghost, was ist das? Ich jocke. Ich jocke die anderen Leute, es geht so. Ja, genau. So eFix. Oh, scheiße, mein Evertatau. Oh, ich muss so hart röpsten, weil ich jetzt Kuhler trinken muss, Alter. Junge, ich kann vielleicht noch richtig viel. Warte, ich trinke jetzt richtig viel Kuhl. Oh, man, Alter. Hat immer wieder gut getan, so ein bisschen Kuhler zu trinken. Sorry. Fools! Fools! Warte mal, jetzt muss ich hier ein bisschen rumlaufen. Oder einfach nur, weil man furzt am Anfang, so richtig einblätten am Anfang und dann bleiben wir Intros so davor. Also ich bin der Meinung, du musst das denn gut mal erklären, ne? Ja, also ich laufe einfach random durch die Map. Oh, halt, ich bin der Teufel. Okay, gut. Also wenn wir jetzt hier F3 machen, laufen wir jetzt einfach nur noch der X-Achse in eine Richtung. Genau so hätte ich mir die Klaaschein gewünscht. Soll er so ein bisschen lutschen, damit der Ultimate-König-König-König kommt? Haha, Junge! Ey, der AB ist Ultimativ-Grübster, den wollt ihr nicht, Mann, Alter. Da fliegen auch die Augen weg, Alter. Oh, ich hab'n Diaschleid noch nie... Also bist du voll den Kluger, aber auch, Alter, oder? Wie, Prinzessin der Mitte beim Delftmädchen-Pierreiz und Eisproskanzler, der bist du, oder warst du jetzt bei mir so? Ohne Scheiß jetzt? Ja. Und du hast den nicht rausgenommen? Natürlich hab'n er rausgenommen. Hat ich ihn angezogen? Ne, klar. Oh Gott, ich hab'n jetzt Eis. Ich werd' vergesslich. Alzheimer ist jetzt da. Kennst du das, wir haben so einen in der Klasse, der ist Astheimer. Was gibt denn mit Alzheimer und Asthma? Das ist ja nur bestimmt. Alzheimer und Asthma. Oh, komm schon. Bugs, Bugs, report. Oh, komm schon, du den scheiß Block da, hab'n ich doch keinen Bock, rüber zu springen, Alter. Oh, hier kann man sogar drüber. Hast du, hast du, hast du? Leute, ich hab'n gedacht, hier könnte man noch ein Image springen. Juhu. Nein, oder? Nein, das ist nicht. Nee, wär's so gut. Du wärst dir richtig cool, stell' dich vor. Du wärst dir so. Ja. Hier oben. Und du, ähm, kannst dir irgendwie ein Boot schaffen, dann kannst du dir aus dem... Aber wie willst du dann alles kommen? Das ist ja mal früher bei Mindtime FFA, so, da haben wir einfach, ähm, ich und so'n Dido 2-4... Oh, ein Eisen-Jazz-Player läuft. So, ich halt mal kurz den an den Chat, vielleicht kennt noch alte Leute, die auf Mindtime gespielt haben, den hier. Und wir haben FFA damals geflutet und das war so krass, weil er war einfach so ein richtiger Typ, der sich mit, ähm, Sachen auskennt. Also, wie man, wie man, äh, grieft und sowas. Und wir haben uns richtig FFA komplett zergrieft und da mussten die neueste FFA am nächsten Tag bauen, deswegen gabs da auch mal Map-Reset so schnell. Und, ja. Weißt du, was das cool ist? Was? Ich sitze gerade einfach auf dir drauf. Man kann sich einfach als Spectator auf den User draus setzen. Das ist eigentlich richtig cool, wer das ist. Ha, nee. Geh doch in die Mitte. Und Junke. Ja, die verstehen es irgendwie nicht, das ist. Boah, was war das denn? Das war ein Baby-Rübser. Boah, Full Iron. Ein Baby-Rübser, Alter. Oh, lol. GG. Ich habe deine Toast-Screens gemacht mit einer Schultern-Sieze. Ja, mit mir auf einer Schulter zu sitzen, das will so jeder haben, ne? Ich schick dir jetzt zum Bild. Okay, mach mal. Also, Leute, ich hoffe, es hat die Runde gefallen und Abi auch, obwohl er gestorben ist. Und dann würde ich einfach sagen... Der Bus hat mich veranscht. Okay, gut. Und, ja, also, ich hatte auch auf jeden Fall bei Abis Kanal vorbei. Weil, wäre halt cool, wenn er die 300 Abonnenten knacken würde. Dann hätte er YouTuber schon auf Wuchs gehabt. Genau. Keine Videos und einfach YouTuber-Anablaufen. Ich glaube, das ist ein Übel, geil. Ja, mal ehrlich. Okay, also, mal gucken, ob er die 100 Abonnenten knackt und... Mal gucken, ob wir so ein 2-Sekunden-Video bei ihm finden. Warte, wir müssen noch in dem selben Lobby auf den Abschluss. Okay, gut. Lass wieder hoch aufs Dach gehen. Ja, Lobby 3. Ich bin voll hier oben. Abi, guck mal nach oben. Hex. Okay, wir warten mal. Wir tun mal das Video kurz cutten, bevor der... Abi hier oben ist. Nein, ich bin schon da. Okay, dann trink ich jetzt nochmal eine Cola, Alter. Okay, mach ich Brett. Alter, ich kann nicht trinken, wenn du mir jetzt hier so irgendwo verkackst. Guck mal, ich bin mit dem Arschbacke. Und? Och, krass. Okay. Abi, du hast mich letztes... Abi, wo bist du? Wie? Wer ist das? Ne, kenn ich nicht. Ey, los, du kannst das letzte Wort sagen, Abi. Warte. Währenddessen ich da im Mund gucke. Komm, du musst dich nebenher stellen. Du musst ein Selfie machen. But first, dann bin ich gesagt, Abi. Okay, mein Abschlusswort ist nicht einfach. Ich habe sie mir jetzt lange ausgedacht. Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich das zu einem sehe. Ja. 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 Ich bin zum Schluss. Ich bin zum Schluss. Vielen Dank.